ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu let's play far cry primal ja wir sind am noch ein interessantes schiff oder nicht wirklich am start so fälle müssen wir auch mal um die sammeln so oder hier die hülle zum aufbauen ok macht er seinen trommeln ok gut dann gehen wir eine explosion oder machen ja nichts bisschen weiter wie hier vorne ist mal gucken was uns jetzt erwartet wieder hier ist es war war so scheiße ich sie bin ja wong tarweikas hi so scheiße Das war's für heute. Zuzschul ein Salga-Takar. In Nasta-Winja-Lauscha. Wow. Die Gefangenen-Winja. Die Mission ist im Kartenmenü hinzugefügt worden. Das gucken wir jetzt mal drauf. Warte mal, wo ist denn die? Die warten jetzt ja so viele Kilometer außerhalb. Wo war der Handwerker? Was ist denn der Schamana? Ja, ich weiß, die muss ich auch noch in mein Dorf bringen, die Typen. Eigentlich sind das diese hier. So, wir müssen jetzt irgendwie Möglichkeit finden, dass wir gerade mal da irgendwo hinreisen können. Haben wir mal eine Stelle, wo wir gerade mal so hinreisen können? Wir haben ja kaum Big Boote gefunden, ne? Aber wir müssen tatsächlich sehr viel laufen. Wir machen das anders. Wir nehmen erstmal den Typen hier. Das heißt, ich werde mich erstmal hier importen. Ja, und dann gehen wir uns den Typen da holen. Okay, hab ich. Das wird also irgendwo da unten sein müssen. Ich weiß nicht. Das ist ja nicht. Ich weiß nicht. Das ist ja nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich weiß, aber ich muss ja jetzt mal nicht ran. Ups, war eigentlich eigentlich der Plan. Halte sie sich jetzt gerade nochmal selber, oder? Gutes Hundi, ich weiß, Bär da, ey. Gott sei Dank war das Viech totgekriegt, relativ schnell. Ich wollte ja mal kurz den Bauernbeeren. Wir haben nämlich wieder Fleisch bekommen dafür. Tja. Oh, äh, ja. Ich würde nämlich hier gerne diesen Punkt, warte mal. Mal den hier irgendwie als Punkt benutzen, das Lager hier. Scheinbar, ne? Hier ist nämlich ein Lohnungslager. Ja, okay, dann haben wir das nämlich als Punkt benutzt. Und jetzt können wir nämlich einen Ticken weiter gehen. Aber die Frage ist, wie kommen wir hier runter? Ja, wir müssen hier runter, ne? Eigentlich. Handwerker-Menü. Ja, wir müssen den freischalten erst. Was ist wieder für Gefangene oder was? Gucken wir es doch mal einfach an. Das sind nämlich nicht so. Alles klar, es klappt. Niedlich stimmt. Alles klar. tot das ist der letzte und tot so dass wir die ganzen typen so weit wie es geht weil wie gesagt Pfeile brauchen wir ja immer wieder den Speer habe ich wieder gekriegt Moment, ich guck mal was er drin hat der kommt nicht viel den nehmen wir mit ein Grünblatt hat er dabei gehabt wir haben ja eigentlich einige Feinde die zwei Jungs hier sind wichtig gerade so nehmen wir mit was auch immer der hat Tontopf hat er bekommen und ich würde jetzt gehen den anderen noch looten Hündchen, gehen wir da weg den Holzpfeil nehmen wir wieder mit genau Hartholz vor allen Dingen ich kann mal wieder Pfeile wir haben hier wieder Pfeile okay weil der Speer eigentlich kann nicht immer so schlecht aus der Distanz vor allen Dingen nein 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 dieser Scheiß Bär ich konnte nicht in dem Moment entzünden und draufziehen Scheiße jetzt haben wir wieder 500 Schritte so ich muss noch kurz da muss ich jetzt wieder warte mal wie war das jetzt wieder bestie mit heute 13 13 Dorf ich brauche aber wo war das mit der wenn einer mal Tipps geben kann wie das war mit der Bestie und sonst muss ich mir jetzt selber nochmal einen holen ist egal gehen wir schon hin sonst sind wir uns unterwegs noch eine Bestie genau okay weiter jetzt bräuchten wir heute jetzt auf jeden Fall einen Wolf also so eine gute Idee ist ich verbrühe es einfach mal aus Bienen erschlagen hau ab von mir weg weg ja gut das war wahrscheinlich so eine hau ab von mir die zwei Jungs da snacken wir uns noch weg immer stehen schüsse das war ja nicht so eine gute Idee ja so 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 der auch hin so jetzt fehlen noch zwei so der auch tot fehlen noch zwei bleibt dabei schüsse hey so hey ja sind ein paar Leute gut gut aber das war richtig warte mal so alles weg gesnaked der ist auch tot und der Bär wird sich die jetzt holen da wird sich die jetzt holen ja die Leute oder was ja 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 wie sagt man ist hier verschwinden Er ist nicht mehr. Das waren übrigens die Angreifer. Die haben wir schon geholt. Ein Venya-Ereignis haben wir abgeschlossen. Ich brauche die Holzpfeile auf jeden Fall. So, haben wir hier irgendwie noch Holz oder so? Scheiben wir nicht gerade so sein, weil irgendwie zeigt er mir nämlich an, die ganze Zeit, dass wir hier noch was haben. Ich weiß nicht, was genau diese Stöcke auf dem Link zu suchen haben. Nord-Ceder. Also wahrscheinlich. Dann haben wir alles gerne mal mit. Hier oben, mal gucken. Es wurde schon wieder gezeigt, dass es irgendwie wieder heißt. Das ist voll mit Knochen. Na super. Klasse. Ich darf aber jetzt den Pfeil verbraten. Das wäre jetzt mal nur 8 mitnehmen können. Ich hoffe, dass das mal irgendwann mehr wird. Ah, wir verzwiebeln uns mal hier gerade so ein bisschen. Nord-Ceder noch mal auch mit. Wohl, wenn ich ehrlich bin, gucke ich mal gerade auf die Zeit und alles drum und dran. Ich glaube, wir haben schon wieder ein bisschen. Ja, ja, ist gut. So. Ich glaube, wir haben schon wieder ein bisschen längst Folgenende. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Far Cry Primal. Und dann wahrscheinlich mit etwas kürzeren Folgen, ne? Tschüss.